Als ich letztens beim Freund schalte, kam es über mich Dieses Spiel da im Schrank lächelte mir direkt ins Gesicht Da fragte ich mein Freund, hey kannst du mir bitte sagen Dieses Spiel da im Schrank, ich möchte es auch haben Darauf antwortete er, hey das ist doch das neueste Spiel FIFA 16 spielt doch jeder zur Zeit sehr viel Aber hey pass mal auf, ich mach mit dir jetzt einen Deal Schaffst du es nicht drauf zu starren, da gehört es dir Ich brauche unbedingt FIFA, denn ich brauche FIFA mehr als Linder Ich brauche unbedingt FIFA, denn ich kann nicht mehr warten Denn FIFA ist jetzt voll im Trend Seitdem ich FIFA kenne, dreht sich alles nur noch um dieses Spiel Auch wenn ich im Pen bin, denke ich nur noch an dieses Spiel Sogar beim Scheißen denke ich nur noch an dieses Spiel Das ist nicht mehr normal, vollkommen verrückt Ich brauche unbedingt FIFA, denn ich brauche FIFA mehr als Linder Ich brauche unbedingt FIFA, denn ich kann nicht mehr warten Denn FIFA ist jetzt voll im Trend Ich brauche unbedingt FIFA, denn wenn ich dieses Scheißspiel nicht krieg Ja, dann bin ich nicht mehr FIFA 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 Wenn ich dieses Scheißspiel nicht krieg Ja, dann bin ich nicht mehr So Leute, das war es auch schon wieder mit meiner Pauli zu Sorry von Justin Bieber Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal Und ja, wir sehen uns wieder nächste Woche Haut rein und ciao!